Wer die Rendite und auch das Risiko seines Portfolios weiter steigern möchte, kann auch sein Portfolio beleihen. Das heißt, auf die Werte seines Portfolios, beispielsweise Aktien oder Anleihen, einen Kredit aufnehmen, um so weitere Wertpapiere zu kaufen. Er nimmt also einen Wertpapierkredit oder Lombardkredit auf oder kauft auf sogenannte Marginaktien. Das geht vor allem, wenn man sogenannte Blue-Chips-Aktien hat oder Anleihen, weil die eignen sich zur Sicherheit besser als irgendwelche kleinen Nebenwerte, die die Bank dann im Falle schwieriger verkaufen kann. Beispielsweise bei der Unvista-Bank kann man auch einen Wertpapierkredit aufnehmen, der ist aber relativ teuer, finde ich, mit 4,2%. Das muss man erstmal an zusätzlicher Rendite erzielen. Dazu kann man das oft nicht steuerlich geltend machen. Im richtigen Margin-Konto, zum Beispiel von Interactive Brokers, ist das günstiger. Wir sehen hier, man zahlt bis 100.000 Dollar 1,8%. Hier in den USA sind die Zinsen gestiegen. Im Euroraum ist das noch günstiger aktuell. Es ändert sich natürlich auch immer mit dem Basiszins. Hier kostet es bis 100.000 Euro Wertpapierkredit 1,5%. Und wenn man dann in einem Hedgefonds ist, zahlt man dann irgendwann auch nur 0,5%. Aber wie gesagt, man muss die entsprechenden Sicherheiten hinterlegen. Und wenn der Wert des Portfolios stark sinkt, kann man dann auch so einen genannten Margin-Call bekommen. Das heißt, die Bank würde Aktien verkaufen, wenn man nicht mehr Geld nachschießt. Anders als bei Immobilien würde ich bei einem Aktienportfolio die Beleihung nur in Ausnahmefällen machen. Das heißt, man kann schon mal, wenn man gerade sehr sicher ist, in einem Bullenmarkt ein bisschen mehr als 100% des Portfolios investieren, wenn es der Broker zulässt. Wie langfristig Investoren sind aber die Zinskosten und auch das Risiko ganz so hoch? Man kann natürlich dann auch alternativ Optionen oder Knockout-Papiere kaufen, wo natürlich auch so eine Beleihung des Portfolios enthalten ist über den jeweiligen Hebeleffekt, das Risiko nach unten aber besser begrenzt ist. Beleihung des Portfolios ist also etwas wie ein Pfandkredit. Man bekommt einen Kredit und hinterlässt dafür einen Pfand, in dem Fall halt die in jeweilig enthaltenen Aktien oder Anleihen. Je nach Risiko gibt es dann unterschiedliche Pfandwerte. Wie gesagt, Anleihen haben dann sehr, sehr hohe Pfandwerte. Da kann ich wahrscheinlich 80, 90% des Wertes beleihen. Blutschips-Aktien vielleicht 50% und andere Aktien noch weniger oder gar nicht. Das hängt wie gesagt immer mit dem jeweiligen Risiko zusammen. Das war also die Erklärung Beleihung des Portfolios. Das war also die Erklärung des Portfolios.